Kamina Dimension Das ist das Schleimbeutel Ho Ich Hätte das selbe über dich sagen können Du Folgst mir die ganze Zeit Ich wusste, dass du Für die Aufgestiegenen arbeitest Ho ho Ich Ich Geh nur sicher, dass sie sich nicht in den richtigen Orten aufhalten. Was ist der richtige Ort? Naja, du weißt das doch. Du weißt doch, worauf sie aus sind, oder? Das interessiert mich nicht. Warum bin ich im falschen Ort? Naja, du denkst, du hast alles unter Kontrolle, nicht wahr? Äh, sie wussten, dass du lebst. Sie wussten, wer da drin ist, die ganze Zeit. Oder? Was, was, alone, okay. Vater! Äh, Valkyrie hat mich gewarnt, dass du vielleicht ankommst. Achso, das war das Vieh da hinten, okay. Soll ich seinen Hals durchschneiden? Bleib ruhig, Valkyrie. Er versteht das noch nicht. Hey, lass meine Tochter los. Äh, sie hat nichts hiermit zu tun. Und du hast mit irgendwas abgeschlossen, das keine lebende Seele hat. Deine lustigen Unternehmungen haben zu dieser gefährlichen Sache geführt. Lass sie einfach gehen. Nimm stattdessen mich. Es ist alles ein Teil der Evolution. Ein Verstand, der puren Vorstellung kombiniert mit einem Körper, der nicht biologisch ist. Das ist, das ist, invitable, ähm, unglaublich, nein, unvorstellbar. Ich mach alles, wenn du sie gehen lässt. Deine Tochters, dein Verstand deiner Tochter, der Verstand, deutsche Sprache, schwere Sprache. Der Verstand deiner Tochter hat enormes Potenzial. Sie sollte ein, ein Teil meiner Kollektion werden. Das war's, er ist tot. Sie auch. Soll ich ihn erledigen? Hm, lass ihn seine letzten Momente neben seiner geliebten, äh, neben den geliebten Körper seiner Tochter haben. Mein Zeiss, oder mein Zeiss. Also, englische Google Translator hat gesagt, mein Zeiss. Wird schon richtig sein. Sie haben den Verstand meiner Tochter geraubt. Jetzt ist ihr Körper in dieser Lebenserhaltungstank. Und ihr Verstand ist, naja, ich mag gar nicht daran denken. Sie muss Angst haben. Und war sich nicht bewusst darüber, was passieren wird. Und ich... Naja... Ich werde niemals mehr laufen können. Gibst du schon auf? Äh... Ich fahr nicht mehr... Ich fahr nicht davor, wat? Äh, now I'm just a half... Achso. Ich fahr auch so schon nix. Und jetzt bin ich nicht mal die Hälfte davon. Oh, Schwachsinn. Hab ich dir jemals gesagt, wie es ist, äh, als Kopfgeldjäger? Sie bieten uns, äh, unehrenhafte Missionen. Aber wir lehnen ab. Naja, immerhin habt ihr noch eure Beine. Ähm, die schattenhaften Arbeiten mögen vielleicht mehr bezahlen, aber die noblen Sachen, äh, noblen Dinge geben dir eine Art der Befriedigung und Stolz. Das kann nicht, äh, gemessen werden mit Wert. Ja, so auch der Verstand meiner Tochter. Oder der eine Tochter. Aber... Du weißt, was, äh, am befriedigsten... Weißt du, was der befriedigste Teil ist? Ähm, jemanden zu beobachten, der seine Geliebten, äh, danach wieder in den Armen halten kann. Die zuvor für immer verloren waren. Was sagst du da? Wir haben vielleicht einen Weg für dich, wie du wieder laufen kannst. Und da ist der Anzug. Puh. Ja, und so fly übersetzen. Na, also direkt zuvor. Ist ja nicht so meins. So, und jetzt sind wir endlich im Spiel nach sieben Minuten. Okay, MC. Ähm, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber erinnere dich daran, was wir dir beigebracht haben. Mac ist kein Spielzeug. Und gehst langsam an, am Anfang. Dein wirklicher Körper ist vielleicht hier, aber dein Verstand ist da unten. Auf der Oberfläche. Der Mac ist essentiell, also genau genommen, dein Körper jetzt. Okay, ich bekomme ein... Ich werde langsam warm damit. Keine Angst. Ja, sei trotzdem vorsichtig. Wir haben gehört, es passieren schlimme Dinge da unten. Und die Aufgestiegenen sind dort auch präsent. Natürlich sind sie das. Ich wäre nicht hier unten, wenn sie es nicht wären. Ähm, könnten wir wirklich Tarwins Verstand hier auf diesem Planeten finden? Äh, wahrscheinlich nicht. Aber, das ist der beste Anhaltspunkt, äh, oder, nee, das... Äh, der beste Punkt, um mit dem aufgestiegenen Kontakt aufzunehmen. Um überhaupt irgendwie Hinweise für deine Tochter zu finden. Äh, wenn du irgendwas brauchst, äh, irgendwas hergestellt brauchst, dann besuche einfach den, den Landepunkt und schick mir immer ein bisschen Schrott. Dann kann ich gucken, was ich machen kann. So, und jetzt... Funkstille. So viel wie möglich. Der Letzte, was wir brauchen, ist jemand, der halt uns abhört. Okay. So, jetzt sind wir endlich im Spiel. Wir können ballern. Wir haben keine Munition beim Ballern. Wir können springen. Wir können... Na, Kampf machen. Sonst noch irgendwas? Achso, da oben kann ich hier durch die Dinger durch... Okay. Das ist eine Art Fähigkeit, die ich da habe. RB zum Heilen wahrscheinlich. Okay, gucken wir mal. Shoot, melee, attack, jump. Alles klar. Hold up, äh, to shoot up. Hold up to shoot diagonal, also zum Diagonalschießen. Okay. Quasi ähnliche Steuerung wie auch bei Super Metroid. In der Hinsicht. Was das Schießen in diverse Richtungen angeht. Wir können... Quouch... Oh, use white stick to move camera. Okay. Also ich kann mich ducken. Oder halt die Kamera bewegen, damit ich halt die Umgebung hier besser begutachten kann. Okay. Y-Zlon halten, äh, LT halten oder Y drücken für Zeug. Und das verbraucht Energie. Du kannst die Energie wieder aufladen, indem du Gegner schaffst. Du schlägst mit deinen Angriffen, okay? Okay. Nein. Wenn du wenig Leben hast, dann drück RB und benutze einen dieser Nanobots. Die sind limitiert, aber du kannst welche herstellen an deinem Safepoint. Okay. Wo sind wir hier? Was wollen wir hier? Ich hab keine Ahnung. Ich kann nach oben. Achso. Nach oben muss ich drücken, damit ich nach oben komme. Alles klar, nach oben ist einfach der Benutzen-Button von solchen interaktiven Dinger. Okay, okay, okay. Hey, halt, stopp! Dann gehen wir mal instinktiv in die andere Richtung. Ich bin da ja nicht so. Oh Gott, was ist das? Will ich das wissen? Es ist auf jeden Fall tot. Das hat Vorteile. Tote Gegner sind gute Gegner. Also es sieht und spielt sich auf jeden Fall tatsächlich ganz ordentlich. Oh shit. Allerdings würde ich mir wünschen, es hätte er irgendwie ein Deutsch-Patch. Weil wenn da halt viel zum Vorlesen ist, dann... ...die ist natürlich halt so ein Ding, ne? Oh Gott. Ah! Was von Nissen lässt? Okay. Wow, wie auch immer. Okay. Ähm, RB. So. Braucht auch eine halbe Ewigkeit zum Heilen. Okay. So. Gut. Soviel dann dazu. Wir starten wieder hier. Super. Auf jeden Fall in der anderen Richtung liegt da gleich dann irgendwie ein Speicherpunkt oder sowas. Muss ich gleich mal gucken. Da, wo der alte Mann halt hingelaufen ist. Warum kann ich nicht hin? Warte. Oh. Okay. Ich kann mich auch an Wänden festhalten. So. Der ist erledigt. Aua. Ich wurde getroffen. Nein. Ich will nicht getroffen werden. Kommen wir denn da hin? So, und schon sind wir wieder hier. So, muss ich da oben drücken. Ja. So, verfolgen wir den jetzt einfach mal. Vielleicht führt er mich ja gleich zum Speicherpunkt. Weg. Weg. Aua. Ich hab ihn schon wieder getroffen. Komm ich da... Kann ich da durchrollen? Nein. Kann ich da nicht. Dann halt nicht. Was nicht geht, das geht nicht. Da. Der alte Mann, der versucht auch hier schon gegen die Bienen heranzukämpfen. Das ist ein Hund. Hallo Hund. Kann ich nicht töten. Okay. So, was geht ab? Äh, verletz mich bitte nicht. Äh, du bist offensichtlich kein Aufgestiegener. Erkläre dich selbst. Äh, ich bin nur ein einsamer, äh, Überlebender. Dann, hab keine Angst. Ich bin hier ums Helfen. Wir sind hier bruchgelandet mit unserem Schiff. Äh, von PU8. Äh, es ist hier überall über den ganzen Teil, äh, über den ganzen Ort verteilt. Und alle anderen sind tot. Sorry, das zu hören. Was ist PU8? Äh, da, 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 da. Der lila Haufen, gu, keine Ahnung. Ist giftig. Es korrumpiert. Ich hab ein bisschen damit geforscht. Und dann dieser Metallaffe und der andere, die anderen Roboter sind gekommen. Äh, sie verteilen das, das Gift nicht zum Positiven für den Planet. Das sind die Aufgestiegenen. Ich gehör nicht zu denen. Ich bin genau das Gegenteil. Wo kann ich sie finden? Äh, der Dschungel ist voll mit ihnen. Sie haben eine Basis. Da hinten bei den, bei den Schiffswrack. Es ist ziemlich hoch. Und die, die, die Klippen, also ziemlich hoch auf den, auf den, auf den, äh, oben auf den Klippen des Dschungels. Da ist auch ein, äh, unterirdisches, äh, Tunnelnetzwerk. Direkt unter unseren Füßen. Okay, danke für, äh, für diese Information wahrscheinlich. Äh, du solltest hier in Sicherheit bleiben. Ich suche, was die Aufgestiegenen hier zu machen. Mein Name ist übrigens Frederik. Nennt, dich kennenzulernen. Freundliches Gesicht. Ich hab, ähm, einige Teile gesammelt von diesen Schiffswrack. Und all das Zeug. Wenn du irgendwas brauchst an Modifikationen, kann ich dir was herstellen. Okay. Für diese Einzelteile hier. Arranged Special Attacks. Shield Stabilizer. Pf Shield On. Hab ich nicht. Äh, Squab Magnet. Okay. Nehmen wir die Arranged Special Attacks. Okay. Ah, okay. Ah, da ist ein Speichelpunkt. Siehst du wohl. Zeig doch, hier hätte es einen Speichelpunkt gegeben. Ähm. Gut, hier sind wir voll. Deswegen können wir hiervon nix, nix verbrauchen oder nix kaufen an den Lebensdingern. Geh weg. Hallo, geh weg. Danke. Ich glaub, hier lang zu gehen war tatsächlich dann die bessere Wahl. Na. Au. Au. So. Was ist das? Er ist tot. Tot ist immer gut. Zumindest für den Gegner. Na, genau. Kann ich das auch mit nach unten zielen? Nein. Au. Und wusch. Ups. Shit. Guck mal, diese Roboter hier. Und diese Westen. Die sind noch viel schlimmer als alles andere hier. Hey. Hey. Geh weg. Der ist auch weg. Nächster bitte. Alles, was ich töte, kann mich nicht mehr töten. Okay. Au. Au. Okay. Wieder so ein Würmchen. Aua. Ich bin dran. Jetzt werde ich meine ganze Energie dafür verballert, ne? So. Muss ich hier durch die ganzen Höhlen und sowas mich irgendwie durchschlagen, ja? Oh Gott, was ist das? Äh. Hey, du mechanischer Primat. Du wirst nicht in der Lage sein, sonderlich hochzukommen mit diesem Körper. Ach, halt die Klappe und komm hier runter. Ich weiß, wie ich mit euch umgehen muss. Dann versuch doch, empfang mich. Ja, bei Gelegenheit. Ja, man muss sich hier durch. Okay. Komm ich hier irgendwie runter? Da. Was ist das? Äh, es ist böse. Äh, ich dachte, das wäre irgendwas zum Aufsammeln, irgendwas Tolles. Irgendwie ein super duper Upgrade oder so, aber nö. Okay, er kann auch nur gerade ausschießen. Oh shit. Eine kleine Bombardrate hier. Nein, aua. Das tut doch weh, Mann. Ich muss mal heilen hier. Halbe Ewigkeit brauche ich jetzt zum Heilen. Aua. So. Und wieder irgendwie hier durch. Haha. Hättest du auch schießen können, Penner. So. Was ist das? Keine Ahnung. Erstmal kaputt machen. So, nö. Jetzt komm ich auch nicht weiter. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir in die andere Richtung sollten? Ich weiß ja nicht. Könnte ich ja nochmal speichern. Sicher ist sicher. Aber ich denke mal, so fürs Erste reicht das ja auch als angenattelt. Also, es ist ja ganz nett. Aber ich glaube, man muss sich halt wirklich in das Kampfsystem halt immer ordentlich einfuchsen. Also, na gut, was heißt nicht ordentlich. Ähm. Man kriegt halt echt schon viel Schaden von dem ganzen Zeug, ne. Aber so wie das halt mit Metroidvanias ist, kriegt man halt so früh oder später irgendwelche Upgrades, mit denen man dann halt mehr Lebenspunkte hat und vielleicht auch mehr aushält. Keine Ahnung. Also, es würde mich schon interessieren, das Spiel halt mal weiterzuspielen. Aber ich würde es halt auch gerne irgendwie auf Deutsch spielen. Einfach, weil es das Vorlesen von Text einfach einfacher macht. Aber das ist halt wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich meine, ich kriege es ja auch so hin, das irgendwie zu versetzen. Brauche halt nur teilweise ein bisschen länger. Weil, ne, meistens halt, so muss ich überlegen, so, was ist jetzt der deutsche sinnvoller Satz dazu? Meistens ist es kein sinnvoller Satz. Aber hey, ist halt so. So, das heißt, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. War ein Nettes angedattelt? Und wir hören uns dann zu irgendeinem anderen angedattelt oder Let's Play sogar irgendwann dann mal wieder. Bis dahin, viel Spaß noch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.